Endlich wird es wieder wärmer und die Wandersaison kann eigentlich fast schon starten. Es muss noch ein bisschen Schnee schmelzen, aber wir sind schon in den Startlöchern. Und daher habe ich mir gedacht, ich mache heute mal ein Video, in dem ich ein bisschen über die Ausrüstung beim Wandern rede. Da das, zumindest für mich, als ich angefangen habe, ein ziemlich schwieriger Punkt war. Wenn es um die Ausrüstung beim Wandern geht, gibt es ein paar Punkte und Fehler, die ich oft sehe, die ich gern hätte, dass du sie nicht machst. Und genau diese will ich in diesem Video jetzt ein bisschen ansprechen. Du brauchst nicht alles neu. Speziell, wenn du anfängst zu wandern, schau, dass du mit dem Zeug wandern gehst, mit dem du schon stark laufen gehst. Speziell, wenn es um Kleidung geht. Es muss nicht immer das Beste vom Besten sein, das Teuerste vom Teuersten. Starte mit dem, was du hast. Du hast sicher eine Jogginghose, ein T-Shirt, das eigentlich geht jedes T-Shirt. Am besten ein bisschen entweder Baumwolle oder auch, wenn du ein bisschen ein Sport-T-Shirt hast. Du hast sicher auch ein Sport-BH und irgendeinen Rucksack wirst du auch haben, schätze ich mal. Und vermutlich hast du auch Schuhe. Ich würde dir wirklich empfehlen, dass du startest mit dem, was du hast. Speziell, wenn du am Anfang kleinere Wanderungen machst, wo vielleicht die beste Ausrüstung gar nicht vonnöten ist. So kannst du wirklich feststellen, ob das mit dem Wandern überhaupt etwas für dich ist. Und dann langsam kannst du schauen, okay, das brauche ich und das brauche ich und das brauche ich. Es muss nicht immer die teuerste und beste Marke sein. Speziell bei uns hier in Österreich, in Deutschland und vermutlich auch im Schweizer Raum ist es sehr typisch, dass man auf Marken geht und dass man sich Markensachen kauft. Allerdings, speziell in anderen Kulturen sieht man das nicht so. Zum Beispiel in Spanien kauft man nicht als erstes ein Markenprodukt. Und ich muss wirklich zugeben, auch wenn ich sehr wohl Markenprodukte habe, meine absoluten Lieblingsprodukte sind Non-Name-Marken. Ich bin ein absoluter Fan von T-Cathlon, da gibt es ziemlich billig Ausrüstung zum Wandern, die aber von der Qualität her mein bestes Zeug ist, besser wie andere Ausrüstungen. Also es muss nicht immer die große und beste Wandermarke sein und die teuerste. Hauptsache, wenn du am Anfang bist und vielleicht erst herausfinden willst, was brauchst du überhaupt, was ist überhaupt das Beste, ist vielleicht besser auf Low Budget zu gehen. Und dann langsam, sobald du weißt, was du wirklich brauchst und was du vielleicht auch wirklich von einer Marke willst, dir die bessere Qualität zu kaufen. Die Wanderschuhe sind beim Wandern von deiner ganzen Ausrüstung eines der wichtigsten Teile deiner Wanderung. Ich habe verschiedene Wanderschuhe. Ich gehe sie schon einmal suchen. So, bin schon wieder zurück. Ich habe verschiedene Wanderschuhe und noch ein drittes, mein absolutes Lieblingsbad, habe ich in Spanien bei den Eltern von meinem Freund, da das aus Spanien ist. Und ich würde sie mir gerne wieder nachkaufen. Wanderschuhe sind das Wichtigste, was du hast. Aber es müssen nicht die 200 Euro Wanderschuhe sein. Glaubst du mir. Das sind hochalpine Wanderschuhe, die man auf wirklich schwerem Gebiet bei viel Stein und Alben verwenden kann. Aber sie sind dementsprechend auch schwerer. Und ich mag sie am allerwenigsten und habe sie am wenigsten an. Wenn wir eine Wanderung gehen, die wirklich schwierig ist und da ich weiß, dass ich einen guten Halt brauche und speziell oben den Halt für den Knöchel, dann nehme ich sie schon her. Aber ich mag lieber meine Halbhuren in Spanien, die noch bis dahin gehen, die schützen die Knöchel auch und dann um einiges billiger. Diese haben, glaube ich, über 200 Euro gekostet, meine anderen in Spanien 50 bis 70 Euro. Und meistens machen wir aber Wanderungen, wo die reichen. Lieber werden wir oft schauen, dass der Knöchel, speziell wenn man viel über Stock und Stein geht, geschützt ist. Aber viele Wanderungen, speziell zu einer Hütte oder wo du wirklich einfach nur im Wald unterwegs bist. Das Wichtigste ist das Profil. Und das hat man oft bei Tonschuhen nicht. Zum Beispiel meine Tonschuhe. Profil haben wir hier nicht mehr. Kein Profil. Damit rutsche ich sogar beim Spazierengehen herum. Das ist der große Vorteil an denen. Und der Vorteil an diesen Schuhen, zu diesen, ist nicht nur, dass sie ein Viertel davon kosten, sondern dass sie leichter sind und ich sie öfter verwende im Endeffekt. Also, auch bei Wanderschuhen siehst du, Wanderschuhe sind wichtig. Hauptsache, wenn deine Tonschuhe aussehen, die meine, wir haben kein Profil mehr haben. Denn das kann ziemlich schnell gefährlich werden mit dem Robotschen. Aber es müssen auch nicht die hochalpinen, teuren Suche schießen. Ein weiterer wichtiger Punkt beim Wandern ist der Rucksack. Und auch hier kaufst du nicht den 200 Euro deuter Rucksack. Ich habe ihn. Ich verwende ihn einmal im Jahr. Ja, aber du wirst verschiedene Arten von Rucksäcken brauchen. Da, je nach Wanderung, nimmst du verschiedene Sachen mit und brauchst verschiedene Größen. Mein Standardrucksack ist zum Beispiel der 30 Liter Rucksack, der da drüben liegt, den ich eigentlich überall hin mitnehme vom Teekathlon. Aber ich mache auch Wanderungen. Zum Beispiel, wenn wir auf eine Hütte gehen. In Innsbruck hast du den Vorteil, dass du einfach am Nachmittag mal auf eine Hütte gehen kannst zum Kaffee trinken oder ein Bier trinken. Und dann bist du vielleicht eine, zwei Stunden unterwegs. Da brauche ich keinen 30 Liter Rucksack. Da habe ich einen kleinen 10, 20 Liter Rucksack, wo ich genau eine Wasserflasche Platz habe, eine Jacke, falls es kalt wird und mein Handy und eine Glittasche. Und das war's. Und genau so wirst du irgendwann auch drauf kommen, dass du für die eine Wanderung brauchst mehr, für die andere Wanderung weniger. Ein weiterer wichtiger Tipp, Sonnenschutz. Du bist am Berg, du bist näher der Sonne und du darfst das nicht unterschätzen. Nicht nur vom Eingrämen her, du musst dich natürlich über ein Eingrämen, sondern auch Sonnenbrille und Käppi. Okay, ich habe ein Käppi, das zwar nicht sällig was sieht, aber meinen Kopf von der Sonne schützt. Und bei mir ist es extrem wichtig, dass ich so ein Käppi habe, denn ich bekomme ziemlich einfach Kopfweh von der Sonneneinstrahlung, von vielleicht zu wenig trinken. Und ich habe festgestellt, wenn ich das trage, dann hilft es mir. Ich glaube, das war auch immer ein Hellgrau. Jetzt ist es mehr braun. Ja, wird halt verwendet. Ein weiterer Tipp ist, dass du langsam startest. Wandern kann anstrengend sein, sollte es auch sein, aber du solltest dich nicht gleich am Anfang übernehmen. Start langsam, mach eine Wanderung, die einfacher ist und steigere dich mit der Zeit. Auch von Höhenmeter her, die du machst und von Distanz. Denn je höher du startest und je mehr du dich überforderst, desto weniger wirst du Lust haben, nochmal zu gehen. Und eines der wichtigsten Angriffe, fürs Wandern zu trainieren, ist zu wandern. Du kannst schon laufen gehen, am Laufbahn, aber all das trainiert dich nicht so fürs Wandern, wie wenn du einfach wandern gehst. Das kann sein, ausgedehnte Spaziergänge zum Sternen, die Spaziergänge immer weiter den Berg aufführen, zuerst einmal nur kleine Hütenturen machen und du wirst sehen, die Ausdauer kommt so schnell beim Wandern und auch die Muskeln, denn wenn du dann die erste richtige Wanderung machst, die länger wie eine halbe Stunde ist, dann hast du einen Muschelkater in dem Beinen und das wird auch besser. Jedes Mal wird es besser und genau so trainierst du am besten fürs Wandern. Start langsam und steigere dich jedes Mal ein bisschen. Ein weiterer Punkt, den ich viel zu oft sehe, sind Wanderstärke. Ich habe an der Stecke und ich finde sie manchmal echt praktisch, speziell wenn man über Wiesen rauf geht oder über Schotter runter geht, da man da noch einen zusätzlichen Halt hat. Aber je schwieriger das Gelände, desto eher solltest du die Stecke wegpacken. Ich habe es so oft gesehen in einem schwierigen Gelände, auf der rechten Seite Wand, auf der linken Seite abhangen. Du musst dich über Steine handeln, du musst ein bisschen klettern, da ist es nicht so schwierig, dass es ein Klettersteig ist, aber du brauchst deine Hände. Denn du musst dich ja festhalten irgendwo und dann mit zwei Stöcken noch herumhandeln. Glaub mir, das bringt dir keine Sicherheit. Und noch viel schlimmer ist, ich habe es an mir selber festgestellt, wenn ich Stöcke verwende, trete ich schlechter auf. Meine Drittsicherheit lässt nach, da ich weitere Stöcke habe, mich nicht auf vier Sachen konzentrieren kann und mir die Stöcke ein Vertrauen in, dass sie nicht unbedingt sollten. Das heißt, ich trete weniger sicher auf. Wenn ich die Stöcken wegde, am besten am Rucksack hinten drauf, dann habe ich plötzlich eine viel größere Drittsicherheit und schaue viel mehr, wo ich meine Füße hinsetze. Und das ist ganz wichtig, je schwieriger das Gelände wird. Ich habe jetzt schon ziemlich viel geredet und mir fallen sicher noch 100 Punkte ein. Ich kann wahrscheinlich noch 2000 weitere Videos machen. Auf jeden Fall habe ich einen ausführlichen Blogpost geschrieben zum Thema Ausrüstung beim Wandern, in dem du noch ganz, ganz viele Tipps findest. Zum Beispiel auch, wie viel Wasser du verwenden solltest oder was für Essen du mitnehmen solltest. Oder auch wirklich Links zu Schuhen und Rucksäcken, die ich verwende. Ich habe auch einen extremen Beitrag zu den Schuhen, die ich habe. Also D2 und noch einen geschrieben. Also all diese Links findest du unten in der Deskütschen. Und schaue es dir einfach mal an, wenn du noch etwas unsicher bist zur Ausrüstung. Ich habe wirklich viel Zeit hineingesteckt und mich wirklich bemüht, alles, was mir eingefallen ist, was ich für Probleme hatte am Anfang. Ich habe auch erst vor vier Jahren angefangen zu wandern. Auch wenn ich mein Leben lang in den Bergen und lebe, ich habe sie ein Leben lang überinnst. Und vor vier, fünf Jahren hast du damit angefangen. Das heißt, ich war auch vor nicht zu langer Zeit vielleicht nur an dem Punkt, an dem du heute bist und komplett überfordert mit dem ganzen Zeug, was es eigentlich gibt. Schau dir beides mal an und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.